Was ist seine Ehrlichkeit und seine Aufrichtigkeit? Zur Maske, weil ich immer zu spät komme. Wird mir warm? Es ist einfach für mich der menschlichste Beruf auf der ganzen Welt. Katze. Äh, Eis. Ressent-Cassel. Bier trinken. Mein Ehrgeiz. Ja, für vieles. Aber eins jetzt rauszusuchen? Zaubern. Warte mal. Ein bisschen älter, ein bisschen weiser, aber immer noch auf dieser Welt. Ja. Ja.